Diese hier angebotene Einzimmerwohnung ist ab Oktober 2013 zur Zwischenmiete frei. Die Wohnung befindet sich in Büsseldorf-Bilg. Die Immobilie hat einen Personenaufzug. Die Wohnung verfügt über einen Parkplatz. Das Objekt wird über eine Etagenheizung beheizt. Bei einer Wohnfläche von ca. 43 m² beläuft sich die Pauschalmiete dieser Wohnung auf 750 Euro pro Monat. Wir freuen uns die Nähe zu informieren. Untertitelung des ZDF für funk, 2017